Hallo, da sind wir wieder zu Let's Play Dino Crisis. Ja. Moment, ich merke, ich hab letztens gemerkt, das Spiel ist ein bisschen leise. Also ich hab die Einstellung ein bisschen doof gemacht, Moment. Also ich war laut, und das Spiel ist es leider nicht so sehr, deswegen machen wir es mal ein bisschen lauter. So, wir werden noch ein bisschen gucken, wie die perfekten Einstellungen sind. So, auf jeden Fall, ähm, so, ich hab ein, ähm, naja, so, ich hab noch ein paar Unterlagen. Ähm, und, ähm, den Code finden wir eh gleich im nächsten Raum, und ich spare mir einfach ein bisschen die Zeit mit diesem ganzen Codesucherei-Zeugs. Weil, wie gesagt, die stehen eh alle aufgeschrieben, und, äh, die Akten finden wir eh gleich. Ich zeig euch auch, wo. Ihr denkt euch, Moment, da hat man doch gesagt, Blind, dieser... Bastartige Bastard. Ja, ich spiel das auch wirklich Blind, ähm... Ich hab nur ab und zu mal so in meine Unterlagen gekocht. So, ähm, das werde ich euch jetzt nicht vorlesen. Aber, ich sage euch schon mal, worum es geht. Man braucht zwei DDK-Discs, und zwar die Code-Disc und die Input-Disc, um... Also quasi, was haben wir jetzt? Code-Disc-H, glaube ich. Und jetzt brauchen wir noch die Input-Disc-H, um eine Tür zu öffnen. Kompliziert? Natürlich. Was denn sonst? So, ähm... Nö. Brauchen wir net. Speichern ist was für Leute mit Abitur. Immerhin. Immerhin. Hey, girl, just get going. Okay. Oh nein. Kleiner... Hohen... Söniger Bastard. Okay, er ist tot. Okay, Locker Room. Hier müsste eigentlich dieser Code drin sein. What the fuck's da oben? Input-Disc with the same mark and set both parts into the door. Okay. Okay, Input-Disc-H und DDK-Disc-H. Jetzt müssen wir nur herausfinden, für welche Tür das ist. Dart M. Okay. Ah, ja. Gut, ähm... Das haben... Finden wir gleich... Ähm... Wo ist das denn? Nein, nein. Zurück zur Pleist... Ähm, genau. So, ich zeige euch jetzt mal, was man tolles machen kann. Man kann Sachen mixen. So, man kann jetzt die Darts mixen mit... Äh, das ist dieses Anästhetikum, ist das, oder? Ja. Und jetzt haben wir... Hm, yes. Okay, ja. Ähm, Darts... L++. Nice, oder? Damit können wir jetzt... Falls wir jetzt keine Munition mehr haben, T-Rex außer Gefecht setzen. Okay, kein T-Rex, aber... Ihr versteht schon. So, irgendwo hier sind noch diese Daten-Dinger. Aha. Ja, so, dann das Tagebuch. Da ist auch der Code. Die... Die Kombination eigentlich. So. Wer hier sieht, das heißt, Cheat. Wie, was ist da? Können wir noch nicht durch? Sieht wichtig aus, weil... ...der Tür irgendeine Markierung ist. Aha. Ich muss übelst kacken. Okay. Ähm... Okay, N... ...N haben wir nicht. Ja, 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 ist okay. Nö. ...Obwohl ich nicht durch die Tür gegangen bin. Achso, okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal hoch, ne? So, und das war ich noch echt jetzt aus meiner Kindheit. Das Ding wegschieben, aber das sieht auch so offensichtlich eigentlich aus. Schon wieder. Okay. Ähm... Versuchen wir es mal. Hm, geht wahrscheinlich nicht mehr. Moment, kann ich jetzt die Waffe eigentlich damit ausrüsten? ... und dann halt das. Okay. Ja. Ich hab ihn ausgelockt. Uh! Schrot finden Munition. Okay, nur 5 Schuss, aber okay. Okay, hin besser als nix. Was haben wir da? Okay. Ah ja, genau, das ist jetzt dieses Handbuch über dieses Mixzeug. Also entweder wir mixen es, damit es mehr Leben wiederherstellt oder eben diese Anästhetikumszeug. So, das war's. So, wo der Code hier für drin ist, weiß ich jetzt gerade nicht. Moment. So, ähm, ich hab's gefunden. Okay, zwei Betäubungspfeile hätt ich noch. Ich muss mir merken, dass hier drin, äh, so ein Wiederbelebungsding ist. Aha. Ähm. Aha. Okay. Passt auf. Die Buchstaben, die bei Key sind, B, C, F, G, A, äh, I. Und oben B, C, F, G, I. Das heißt, wenn wir die jetzt weglassen, haben wir H, E, A, D, Head. Okay. Okay, wer zu hell hat diese Tastatur entwickelt? Wow. Nice. Und das jetzt ohne Internet. Oh, nice. Are you from the rescue team? Uh, I, yes, yes I am. I, uh, yes. Do you know where I can find Dr. Kirk? Kirk? That fool. What's he plotting now? What are you talking about? Here. Take this. What's this for? I, I don't know. You told me. Extremely vital. Ich hab irgendwie das Gefühl, als ob das Ding hier platzen würde. Also das Fenster eigentlich. Äh. Ah, Code Disk N. Okay. Okay. Ist hier nicht mehr wie ein Tresor oder sowas? Ich kann mich erinnern, dass es ein Tresor war. Wenn die Zeig das nicht mehr wenn. Das kann dieses Haar gut sein. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es nicht mehr. Ich kann euch das nicht mehr vernetzeln. Ich habe das. Es geht nicht mehr. Okay... Okay... Wieso gehe ich dann dauernd raus, wenn ich... Aha... Kacksteuerung... ... 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 Und somit verlasse ich euch auch diesmal. Und ich sage schon mal, bis dann vom Hausen. Tschüss.